Istanbul Der Topkapi-Palast war jahrhundertelang der Wohn- und Regierungssitz der Osmanen. Der Begriff Topkapi bedeutet Kanonentor und deutet auf die durch Kanonen gesprengte byzantinische Mauer um das ehemalige Konstantinopel hin, wodurch der Einmarsch der Osmanen erst ermöglicht wurde. Der Palastkomplex besteht aus mehreren einzelnen Gebäuden, die auf einer großen Gartenanlage verteilt sind. Der Harem ist ein ganz besonders sehenswerter Bereich im Topkapi-Palast. Der Harem bestand aus Ehefrauen der Sultane, ihren Verwandten, Konkubinen und weiblichen Bediensteten. Die Söhne der Sultane lebten auch in Harem, bis sie 16 Jahre alt waren. Nach dem Untergang des Osmanischen Reichs im Jahr 1921 wurde der Topkapi-Palast durch ein Regierungsdekret vom 3. April 1924 zu einem Museum für das Zeitalter des Türkischen Reichs umfunktioniert. Im Palast finden sie zahlreiche Beispiele osmanischer Architektur und eine umfangreiche Sammlung an Porzellan, Waffen, Schildern, osmanischen Miniaturen und Wandmalereien, sowie eine Zurschaustellung osmanischen Reichtums und Schmucks. Geschützt durch eine Mauer mit Toren und Bastionen ist der Topkapi-Palast quasi eine Stadt in der Stadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017